Hallo zusammen, hier ist der Sascha und ich bin hier mit dem Marek, frisch aus der Massephase. Guten Abend. Und wir werden euch jetzt ein paar Rückenübungen zeigen. Uns geht es vor allem darum, dass ihr zu Hause weiter trainieren könnt wie im Studio. Viele von euch möchten ungerne auf Kraftleistung verzichten und denken jetzt, wenn sie wieder ins Heimtraining gehen müssen, Mist, wir müssen jetzt wieder unzählige Wiederholungen machen, Aerobik-Training zum neuesten Cindy Crawford-Video oder dergleichen. Das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Masse behalten und vielleicht sogar noch ein kleines Plus machen, denn das kann durchaus passieren. Ein paar Tools gibt es dafür, die ganz wichtig sind. Ihr seht mit mehreren Videos hier, dass wir teilweise Widerstandsbänder benutzen, Liegestützhilfe benutzen und das hier ist ein TRX-Band. Das findet ihr eigentlich überall und sollte auch noch im Moment irgendwo zu finden sein. Mit diesem TRX-Band könnt ihr in den meisten Haushalten viel improvisieren. Ob ihr jetzt einen Balken irgendwo zu Hause findet, das irgendwo am Flur macht, zur Not auch vielleicht irgendwo draußen, das Ganze an einem Baum hängt, aber natürlich auch zu Hause. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ihr müsst nur kreativ genug sein und dann schafft ihr es vielleicht, das irgendwie auch aufzuhängen. Wir müssen jetzt hier auch ein bisschen kreativ sein, um das auf die richtige Höhe zu bekommen. Und dann zeige ich euch, was ihr höchstens beachten müsst, wenn ihr jetzt eine solche Variante habt, im Gegensatz zu einer wirklich festen Klimmzugstange, die durchaus auch Vorteile haben kann. So, jetzt versuchen wir es mal da oben irgendwie anzubringen. Boah! So, könnte das doch hinhauen, oder? Jetzt musst du was zeigen. So, wir haben jetzt schon hier die Variante, wir haben es irgendwie geschafft, das aufzubauen. Und was wir jetzt machen, wir halten eine Körperspannung. Das heißt, wir versuchen nicht das Übliche zu machen, dass wir die Beine nach hinten nehmen. Das machen die meisten. Ist nicht unbedingt falsch, aber mit einer gewissen Körperspannung geht es noch besser. Wir halten die Beine also vorne, sodass wir eine gewisse Hüft- und Bauchmuskelspannung haben. Dadurch bleiben die Ellbogen auch meistens ein bisschen weiter vorne, weil wir uns nicht so weit reinlehnen. Und die Ellbogen sollen schön vorne sein und dann werdet ihr es auch sehen. Hoch, ein wenig halten, gute Form einnehmen, runter. Für all die, die die Klimmzüge natürlich schaffen von euch. Marek macht es jetzt mal vor. Reinhängen, genau, schön ruhig das Ganze halten, hoch, eine Sekunde halten, langsam runter. Fast durchhängen und wieder. Ausatmen, hoch, langsam runter und wieder. Ausatmen, hoch, eine Sekunde halten, langsam runter. Und wieder. Und langsam runter. Und wenn ihr das jetzt zu Hause macht, dann kommt ihr meistens stärker wieder. Denn, ihr seht, er zittert ein wenig dabei, aber nicht, weil er etwas zu wenig Kraft im Latissimus hat. So sieht er nun wirklich nicht aus. Sondern, weil es einfach eine ungewohnte Bewegung ist, die viele Hilfsmuskeln aktiviert. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, zwischendurch das immer mal wieder einzubauen. Können wir es ja auch mal im Training einbauen. Wir zeigen jetzt eine weitere grundlegende Rückenübung, die ihr zu Hause gut benutzen könnt. Und wie schon im anderen Video vorgestellt, benutzen wir dafür TRX-Bänder. Ein solches TRX-Band könnt ihr ganz einfach und simpel kaufen und meistens überall anbringen. Auch zu Hause, teilweise auch an Türen, aber bitte nicht rausreißen. Oder irgendwo anders. Meistens lässt es sich irgendwo dran improvisieren. Und wenn ihr es auch mal irgendwann im Urlaub auch nur dabei habt, an einem Baum oder so etwas hängt, das funktioniert immer. Und damit könnt ihr nicht nur Klimmzüge machen oder Dips oder dergleichen, sondern auch sehr gut Ruderübungen machen, die am schwersten zu ersetzen sind, wenn ihr nicht im Studio seid. Klimmzüge kann man auch so an vielen Ecken und Enden machen, aber rudern etwas weniger. Und wir zeigen euch jetzt, wie eine Medium-Variante davon funktioniert. Der Marek macht es dafür mal vor. Lehn dich mal hier richtig schön rein. Das Ganze greifen. Wir haben hier ordentlich Grip auf dem Boden. Darauf müsst ihr natürlich achten, dass ihr nicht runterrutscht. Und das Ganze wird, könnt ihr auch noch unterstützen, wenn ihr einen Trainingspartner habt, dann halte ich jetzt, bring mal deine Füße zusammen, dann kann ich jetzt meinen Fuß davor stellen, dann rutscht der nicht so leicht ab. Und jetzt, wenn ihr die Variante machen würdet, enges Rudern, geht er nach unten. Und wenn ihr die Variante machen möchtet, breites Rudern, geht er einfach hoch. Genau. Und jetzt einmal hochziehen, Brust raus, halten, langsam zurück. Und wieder. Hochziehen, halten, langsam zurück. Hochziehen, halten, langsam zurück. Ihr seht, er zittert schon ein bisschen, weil es einfach eine ungewohnte Übung ist. Es liegt sicherlich nicht daran, dass er zu wenig Muskulatur hat. Einmal bitte hoch. Jetzt könnt ihr hier, ähnlich wie bei einer Maschine, tatsächlich das Gewicht einstellen. Sogar noch ein Stück feiner. Bei Maschinen habt ihr meistens 2,5 bis 5 Kilo Schritte. Hier könnt ihr teilweise Grammschritte machen. Wie das, werdet ihr euch jetzt fragen. Das geht ganz leicht. Umso weiter ihr nach unten geht und euch zur Schwerkraft, gegen die Schwerkraft hin hochziehen müsst, wenn ihr ganz hier unten seid, dementsprechend euch komplett hochzieht, ist es natürlich am schwierigsten. Umso weiter der Marek jetzt steht, aufrecht. Nehmen die mal wieder. Und stell dich jetzt mal nur hier hin. Umso leichter wird es für ihn. Wenn du jetzt einfach hochgehst, ist das schon viel weniger Gewicht. Und ihr seht, da kommt auch gar nicht mehr das Zittern rein. Und so könnt ihr es noch leichter einstellen. Also an alle da draußen, ihr könnt das so einstellen, dass ihr eure 6, 8, 10 Wiederholungen macht. Jemand wie er bräuchte wahrscheinlich eine Hardcore-Variante. Und die zeigen wir euch jetzt in einem ganz kurzen Ausschnitt nochmal. Für die Hardcore-Variante benutzen wir jetzt wieder das TRX-Band. Und das muss hoch genug sein, denn er wird gleich die Beine in der Luft haben. Die wird wirklich Hardcore. Haben wir mal Traubenzucker? Geht doch. Lila Traubenzucker? Eigentlich nur der Marek. Ja, ich fürs Reden nicht, obwohl ich so viel rede, aber naja. So, versuchen wir es mal. Also, Hardcore-Variante. Und wir sind hier immer noch beim Rudern, nicht bei Klimmzügen. Ihr braucht jetzt eine starke Körperspannung. Das heißt, er muss vor allem seine gesamte Rumpfmuskulatur anspannen, seine Bauchmuskeln anspannen, die Knie anziehen und dann rudern, heißt wirklich hier hinten nach oben ziehen und die Schultern so weit es geht zurück. Ist wirklich für die Dudes da draußen, die sonst 70, 80, 90, 100 Kilo Langhantelrudern hinbekommen. Locker für dich, ne? Gut, versuchen wir es mal. Also, reinhängen, ganz ruhig halten, Knie hoch, ja, und jetzt. Genau, halten und langsam nach unten. Und wieder. Ja, und igel dich ruhig noch ein bisschen näher ein, dass du noch, ja. Sehr gut. Und. Hammer. Er ist dafür geschaffen. Und mach doch direkt weiter. Das hätte das Traubenzuckerchen nicht nehmen sollen. Also, das wäre die Hardcore-Variante. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Ansonsten steigert ihr euch vielleicht noch bis dahin. Ansonsten schaut euch auch gerne die anderen Videos mal an hier, wie ihr die Maschinen ersetzen könnt. Also, schaut euch die anderen auch mal an und dann kommt ihr vielleicht sogar stärker wieder zurück. Macht's gut. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020